Neues Spielpunkt erholten lesen, macht Spaß, naja gut. Wir haben also so und so viele Dokumente schon gefunden und da gibt es einen Spielpunkt. Was man allerdings für die Spielpunkte machen könnte, das weiß ich nicht. Darüber habe ich mich noch nicht informiert. Möglicherweise auch nur für Werdings. Hier geht es nicht weiter, hier scheint auch eine Gronkenstation gewesen zu sein oder so was ähnliches. Weil hier haben sie geschlafen. Obwohl bei den ganzen Generatoren, das ist ein bisschen laut gewesen. So. Wieser-Patronen aufgehoben, okay. Ich werde auch schon werfen. Da geht es los. Von den rechten Ohr. Oh, oh, oh. Ich piepst wohl. Von drüben schießen sie auch. Äh, können wir den Bohrer verwenden? Natürlich, wir sind ja kein. Ich glaube, er hat gesagt, dass der Bohrer fast das unnützeste Gerät hier auf der... In dem Sch... Du Mist! So! Die Osmoor ist die kräftigste Waffe, finde ich. Den Spiel... Hopp! Die Osmoor ist die Puzzle-Batron aufgenommen. gut haben wir jetzt noch mal aufgenommen noch mal welche die war wohl leer gut er ist ja lang ok kranaten sind voll Ich hab hier doch gerade runtergekommen Hä? Ach, ne Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite Okay Ist das drin noch? Ne Blicker kann ich heute nachvoll Gut, dann geht's hier weiter Da hat ein Leben Passig Gut Oho Einer nur Nein, ich brauch noch einen Wollt doch nicht die Frontierer Seite, oder? Nein Von rechts Von hier Da sind sie Huch Äh Hallo Da ist er Wo? Probieren wir mal den Bohrer Okay, den holen wir. Ah, da heißt er. Oh, das ist ja los peggio. Oh, mi po- WAH! Wer wird zu hart aufziehen? Früher war man ja umgedreht, oder was? Nee. So! Gut, aber ich hab mal freigeräumt. Aber... Zu Finn gibt's ja nichts. Nur jede Menge Gegner. Okay, Rosmoor, so. Hä? Okay. Was macht das, bitteschön? Ja, sieht, wie er etwas anders aus als die anderen. Von hier hat er eine geworfen. Wie eine geworfen? Nee. Alpina, Dings, nee. Okay. Wow, 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 wow. Was war das eben? wir müssen ja weiter das weiß ich oder sieht also schon ganz anders als die die wir sonst immer bekämpfen gut putz eis ja voll das kann man soweit wir nichts wird nehmen hier ist auch nichts hier kommen wir von zwei seiten rein oh 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 das hört sich nicht gut an absolut nicht okay das ist ein verspringer okay der ist voll aha aha ich hab ja gesagt das sind schon neue viecher okay ja scheint selbst zu sein mal gucken weil er weiß dass wir hier sind dokumenter waffenbestien flinkschädel werden das sein vermute ich mal flinkschädel flinkschädel sind listige opportunisten die zufallstreffer und krempfregel von hinten einer direkten konfrontation vorziehen durch tempo und ladlosigkeit sind sie ausgezeichnete kunsthofter und angreifer ein entdeckter flinkschädel sollte sofort erst geschehen werden um zu fehlen an dass er nachruf ein vorn hat zur bekämpfung wird sprengstoff empfohlen da wird sei der hybrin und auf schlitzer der flinkschädel oder der pulte oder der pulte hat erhebrien gut Waffen-Kabiner-Pilzer-Rösten-Mobora-Fall-Ei. Gut, den Schlüssel haben wir noch nicht, also müssen wir den noch... Wahrscheinlich bekommen wir den noch. Gut. Die haben wir jetzt erst mal ausgeschaltet. Was ist das denn für ein Tunnel-Schuh? Aha. So, die haben sich von einer Ecke ja in die andere Nesse gekraben. So ist... Okay, hier haben sie aber noch nicht gekraben, wie es aussieht. Okay. Äh... Ach, äh... Ah! Scheiße! Achso. Achso, hier kommen wir nicht rein. Okay. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Tür ist zu. Ja, aber hier gibt es weiter auch nichts. Okay. Ja, und die Tür kriegen wir hier auch nicht after. Und hier, guck mal... ...auch nicht durch. Aber scheinbar... ...gibt es da auch nichts. Na gut. Aber die Tür ist zu und die Tür ist auch zu. Ah! Okay. Hilfe! Okay, hier komme ich nicht rein. Aber hier haben sie... Höh! Hier komme ich weiter. Das sah aus wie ein Bohrer. Junge, Hilfe, 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 Hilfe. Hoffentlich müssen wir halt auch nicht gegen den antreten. So. Den hast du wohl. Da, komm. Ja. Ja. So. Jetzt haben wir eigentlich die Gas geschultet. Jetzt können wir hier runter. Gut. Äh, erstmal nachladen. Okay. Hier ist nichts. Gibt es da hinten was? Nein. Erstmal alles umgucken, ob hier unten... ...ob es was gibt. Ja. Nö. Okay. Ach, ja. So, dann müssen wir hier die Treppe hoch. Wir können hier mal aber... Also, dieる... ...hä, also... ...hä, also... ...hä, also... ...hä... ...hä. ...hä, also...